Du suchst einen abwechslungsreichen Job? Du arbeitest gerne in einem tollen Team? Dann bist du bei der Bäckerei Schwertner genau richtig. Ab sofort suchen wir dich als Unterstützung im Verkauf und Service. In unseren Cafés und Backständen geht es darum, mit frischen Produkten unseren Gästen täglich eine Freude zu machen. Was sind denn eigentlich unsere Aufgaben? Wir backen unsere von Hand hergestellten Brötchen, wir verkaufen leckere Speisen, Kuchen, Eis, Kaffeespezialitäten und natürlich auch unsere leckeren Brote. Wir bieten dir folgende Vorteile. Ein tolles und super nettes Team, flexible Arbeitszeiten, bei denen du Beruf und Familie unter einen Hut bekommst, eine faire Bezahlung, Mitarbeiterrabatte auf alle Backwaren und eine familiäre Atmosphäre. Seit über 80 Jahren backen wir nach traditioneller Handwerkskunst mit besten Zutaten aus der Region und viel Liebe. Wir sind nach wie vor ein traditioneller Familienbetrieb und stehen persönlich für die Qualität unserer Produkte ein. Unsere über 50 Fialen und Cafés findest du in der Oberlausitz und in Dresden. Wenn du in unserer familiären Bäckerei arbeiten möchtest, kannst du dich direkt über Facebook und Instagram bewerben. Ganz ohne Lebenslauf. Klicke dazu auf den Link unter dieser Anzeige. Wir freuen uns auf dich. Erzähl doch mal, was sind denn unsere Aufgaben hier? Ja. Erzähl doch mal, was sind wir? Wir serien. Noe. Wir. 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 Wir.